Stell dir vor, du hast nur noch einen Tag zu leben. Den aber für immer. Ich bin in der Hölle. Ich hab mich viermal umgebracht. Ich bin immer wieder da. Ich bin hier gefangen. Wir erleben dasselbe. Der ganze Tag wiederholt sich immer ab 2.13 Uhr. Ich will jetzt die ganze Scheiße aufwachen. Es war nicht morgen, sondern heute. Haben Sie diesen Tag heute schon mal erlebt? Ich hab Angst. Ich auch. Ich meine, was ist das? Wie wusste es oder so? Voll krass. Was machen wir denn jetzt? Ist eigentlich auch scheißgal. Bei morgen weiß es sowieso niemand mehr. Die neue Mystery-Serie. Another Monday.